Gute Fahrt. Jetzt wird sportlich. Ab ins Fitnessstudio in Joy-Maid-Grad-Süd ist vor kurzem zum besten Club Österreichs ausgezeichnet worden. Uwe Manninger und sein Team sind da am richtigen Weg. Die gehen mit der Zeit. Uwe, was liegt in dem Trend? Der neueste Trend ist so multifunktionelles Training, das heißt All Daily Life das Thema. Die Leute sollen wieder, oder die Menschen sollen wieder fürs alltägliche Leben fit gemacht werden. Sie sollen sich wie im alltäglichen Leben bewegen und das ist halt nicht ein Maschinenthema, sondern eigentlich mit freien Gewichten Training. Und das muss natürlich gut angeleitet werden von gut ausgebildeten Mitarbeitern. Ja und die gibt es im Enjoy-Maid-Grad-Süd definitiv. Was bedeutet das MED? MED heißt, dass wir Kooperationen mit Ärzten haben, dass wir Physiotherapeuten im Club haben und dass wir vor allem in Richtung Sportdiagnostik Vorreiter beziehungsweise gut ausgestattet sind. Ihr feiert ja euren zehnten Geburtstag zur Feier des Monats. Gibt es jetzt was für unsere Antennehörer? Was für die schnellen Whatsapper? Unter denen verlassen wir drei Monate gratis. Hey, also 0664 10 80 900. Die ersten zehn, die uns das Wort Enjoy whatsappen, die können im Enjoy-Grad-Süd drei Monate lang gratis trainieren. Das ist ein Wort. Und wer nicht so schnell ist, ihr könnt für zehn Euro die Woche bis Jahresende trainieren. Auch ein tolles Angebot. Zehn Jahre Enjoy-Grad-Süd. Komm auch du und trainiere um nur zehn Euro pro Woche. Enjoy-Grad-Süd, Triester Straße und auf enjoyfitness.at.